Okay, es gibt eine Geschichte, die ich euch erzählen will. Das war, als ich noch in meiner kleinen Wohnung in Nürnberg gewohnt habe. Diese Wohnung war relativ klein in einem Hochhaus und dieses Haus stand gegenüber von einem Hotel. Da war ich noch Single, dementsprechend habe ich sehr gut gegessen, sehr abwechslungsreich jeden Tag. Und eines Tages habe ich Hunger auf Würstchen gekriegt. Also habe ich erstmal mehr Würstchen gebraten, schön in der Pfanne gebraten mit viel Öl, damit der Geschmack viel besser wird. Nachdem ich fertig mit dem Braten von den Würstchen war, habe ich festgestellt, naja, ich habe jetzt kein Geschirr, was sauber ist. Ich hatte zwar viel Geschirr, aber das war alles dreckig unter der Spüle. Ja, jetzt stand ich vor der Wahl, werde ich jetzt einen der Teller abwaschen oder werde ich einfach aus der Pfanne essen? Die Entscheidung fiel mir leicht. Ich habe mich schön hingekuschelt vor dem PC, habe meine Pfanne vor mir hingestellt, was zu trinken hingestellt, Besteck geholt. So, hingesetzt, Film angefangen zu gucken. Auf einmal kommt ein Jumpscare in diesem Film. Ich erschrecke mich, schubse mit meinem Ellenbogen die Pfanne vom Tisch und der ganze Inhalt dieser Pfanne, dieses siehende, fett, siehendes, brennendes Öl fast, kommt mir auf meinen Schoß zusammen mit den verbrutzelten Würstchen. Ey, ich habe wirklich mein Leben und das Leben meiner zukünftigen Kinder an mir vorbeiziehen sehen. Plötzlich wurde die Zeit um mich langsamer. Wie so eine Bärenmutter, die ihr Junges gerade vor dem Tod retten will, habe ich gewaltige Kräfte freigesetzt. Und dann bin ich hochgesprungen und habe mir die Hose und Unterhose gleichzeitig runtergezogen. Und dann dachte ich eigentlich, ich habe mich schon gerettet, aber das heiße Fett ist dann durch die Hose auf meine Haut gesickert. Das war quasi auf meiner Haut noch. Also bin ich noch rumgetanzt, nackig, vorm Fenster, habe so eine Art Penisventilator gemacht und habe rumgehüpft, bin nackt rumgehüpft. Ja, und als ich so noch ein bisschen rumgehüpft bin, um meine Kronjuwelen vom Schmelzen zu retten, sehe ich, dass da gegenüber im Hotel sich etwas regt. Ja, da stand wirklich ein Mann und habe mich gerade beobachtet. Und dann habe ich ihn so angeschaut, während ich meinen Penisventilator tanzt, der aufgeführt habe. Er hat mich angeschaut, ja, und die einzig logische Reaktion für mich in dem Augenblick war, offenbar ihm zuzuwinken und dann einfach ganz lässig aus dem Raum zu gehen. Ja. Bis zum nächsten Mal.